Und du kommst echt aus Amerika? Ja. Gibt es da wirklich Indianer? Ja. Hast du schon mal angesehen? Mhm. Echt? Ja. Und wieso sprichst du dann Deutsch? Meine Mutter hat es mir beigebracht. Woher kann der unsere Sprache? Luzi, jetzt hörst du mal auf. Frag nicht so viel. Die Männer. Wer sind die? Die Männer. Die Männer. Die Männer. Die Männer. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die Freiheit ist ein Geschenk, das sie nicht jeder gern machen lasst.